Die häufigsten Schäden an Kunststoffteilen sind leichte Kratzer oder Schrammen, zum Beispiel an der Stoßstange oder dem Außenspiegel. Solche Kratzer lassen sich leicht ausbessern. Überstehendes Material an der Schadstelle wird mit einer scharfen Klinge beseitigt. Ein beschädigtes Kunststoffteil muss zuerst einmal rund um die beschädigte Stelle abgeschliffen werden, um zu sehen, wie tief der Kratzer ist. Die Stelle wird mit Alkohol oder Spiritus gereinigt und muss anschließend trocken und fettfrei sein. Ein sehr effektives Set für die Reparatur von Kratzern in Stoßstangen aus Thermoblast ist das Kunststoffreparaturset der Firma ATG. Ist ein tiefer Schaden vorhanden, wird mit einem Zwei-Komponenten-Epoxidknetmasse die offene Stelle gefüllt. Alternativ kann man anstatt der Epoxidknetmasse auch eine sogenannte Kunststoffspachtelmasse verwenden. Die Epoxidmasse muss vollständig aushärten. Ist die Epoxidmasse ausgehärtet, wird die Stelle mit Schleifpapier plan geschliffen und die ursprüngliche Form wieder hergestellt. Eventuell muss nochmals etwas Masse aufgetragen werden, um die letzten Unebenheiten zu beseitigen. Die Stelle wird nun nochmals mit Alkohol gereinigt. Die fertige Stelle wird nun mit einer Textur und Farbe versehen. In dem Kunststoffreparaturset ist eine sogenannte Repair-Finishmasse beigelegt. Diese Farbmasse wird mit einem Schwamm auf die reparierte Schadstelle aufgetragen. Bei schwarzen Stoßstangen ist diese Stelle nun nicht mehr zu erkennen. Es empfiehlt sich, die Farbmasse bei älteren Stoßfängern über den gesamten Stoßfänger aufzutragen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017